So, ohne Umschweife, ganz ehrlich, die letzten Monate waren einfach Scheiße in meinem Depot. Das muss ich euch einfach sagen, da gibt es auch nichts schön zu reden. Mein Depot ist jetzt auch, um mal hier das große Gesamtbild mal zu sehen, in den letzten zwei Jahren hat er sich eigentlich nirgendwo hin entwickelt, also sogar leicht negativ, 2,62% Gesamtperformance über die letzten zwei Jahre, wo im gleichen Zeitraum eben Nasdaq, S&P 500 oder sogar DAX irgendwo zwischen 11, 12, 13% an Performance hätten generieren können. Und deswegen muss ich sagen, Ziel verfehlt. Bisher sieht es also scheiße aus. Jetzt muss ich dazu sagen, und das soll jetzt keine Relativierung sein, aber ein Depot-Update eben, muss ich dazu sagen, dass eben das Bild ja jetzt nicht gesamt in diesen gesamten zwei Jahren so war, sondern eigentlich seit genau dem Jahreswechsel. Also seit genau dem 01.01.2024 hat sich mein Depot schlechter entwickelt. Ihr könnt ihr hier sehen, und dazu gab es auch ein Depot-Update am 31.12. hatte ich sogar noch eine Out-Performance gegenüber den meisten oder gegenüber allen anderen Indizes, DAX, NASDAQ und so weiter. Und da davor, also wenn ich mal fast ein Jahr zurückblicke, im Juli 2023 war meine Performance sogar extrem stark gegenüber diesen Indizes. Jetzt ist es nicht so, dass ich zwischen einem Jahr zurück und jetzt irgendwas massiv an meinem Depot verändert habe. Es ist vielmehr so, dass die gleichen Aktien, die damals eine extrem starke Performance gezeigt haben, jetzt mich ins Negative ziehen. Und die schauen wir uns jetzt an, denn wie gesagt, von der Gesamtkonstellation hat sich erstmal nichts geändert. Ich habe weiterhin meine größten Aktien, die ich auch schon seit über einem Jahr jetzt auch meine weiterhin größten Aktien sind, eine Paradox, können wir ganz kurz auf die Analyse gehen, können hier sehen, eine Paradox hat 18% Gewichtung, eine Sofa hat 15-16% Gewichtung, eine Meta, die hat sich sehr stark entwickelt, hat jetzt 11,63% Gewichtung, eine Tesla hat 7%, Amazon 7%, Palantir auch sehr stark entwickelt mit 5,8%. Und ansonsten scrolle ich mal ganz kurz runter, dann könnt ihr mal die gesamten Aktienpositionen sehen. Wer jetzt vielleicht mal schon ein bisschen länger nicht reingeguckt hat in mein Depot, es gibt auch ein paar neue Positionen, beispielsweise Oddity, dazu habe ich auch schon mal eine Analyse gemacht, die sind jetzt neu in mein Depot reingewandert. Und ich muss euch dazu sagen, nachdem ich ja schon vor einigen Wochen gesagt habe, hey, ich sehe hier eine Korrektur auf dem Gesamtmarkt und ihr könnt euch bestimmt an das Video erinnern, was ich euch jetzt mal oben rechts einblende, als wir genau hier standen, wo ich gesagt habe, hey, ihr braucht jetzt keine Panik haben von irgendeinem großen Krieg oder so, aber ich sehe tatsächlich trotzdem außerhalb auch von diesem großen Krieg einfach eine Korrektur auf uns zu kommen. Genau das ist jetzt passiert. Wir hatten eine Korrektur gesehen, die Aktienkurse sind runtergegangen und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen diese Über-Cash-Position, sozusagen zu viel Cash, was ich jetzt hatte, einfach wieder reinvestiert in den Markt. Genauer gesagt habe ich jetzt vor wenigen Tagen mir eine Paradox nochmal gekauft, Metaweit aufgestockt, Amazonweit aufgestockt und SoFi weiter aufgestockt. Tja, und wenn man hier mal auf das Bild guckt, trotzdem vielleicht nochmal zum Vergleich, wieso tue ich mir das weiterhin an, wieso kaufe ich nicht einfach nur ETFs, ja, ich pfeife so schlecht die Performance, hätte ich auch einfach nur ETFs kaufen können. Wie gesagt, meiner Ansicht nach ist es immer noch nur ein Zeitpunktbezogener Blick. Ich hätte auch zum Zeitpunkt hier oder zum Zeitpunkt hier ja auch das Handtuch werfen können, gesagt, mir irgendwie auf die Brust klopfen können, sagen, aha, wie gut ich bin. Die Performance ist einfach wirklich über viele, viele Jahre und dort muss man dann einfach gucken, wie sieht es einfach über eine 5, 10-Jahres-Perspektive aus. Und im Moment gehe ich halt einfach trotzdem davon aus, dass ich mir hier, wenn ich auf die Performance schaue, dass das Bild sich meiner Ansicht nach drehen sollte. Also das zeigen zumindest meine Analysen. Vor allem, wenn ich hier mal auf die Top-Mover eingehe, könnt ihr sehen, es gibt ja immer wieder so ein paar Kommentare. Das ist immer schön, es gibt immer so diese Entwicklung, wenn der Aktienkurs oder wenn die Performance nachlässt, dann kommen immer sehr viele Kommentare genau in die Richtung, dass es eben nur ganz, ganz schlechte Picks gibt. Also wirklich, ich habe alles nur an schlechten Picks. Ich meine, ganz offensichtlich ist das nicht so. Nvidia ist hier mit 460 Prozent, mit 2.700 Euro. Ne Palantir, AMD, CrowdStrike, Meta, Microsoft. Auch zu denen habe ich alle Videos gedreht. Und habe ich auch schon vor einigen Monaten, schon vor zwei Jahren, habe ich gesagt, wie wichtig KI beispielsweise sein wird. Und hier, sag mal, die Gewinner sind da. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt auch natürlich auch Verlierer. Die sind jetzt glücklicherweise, sage ich mal, vor allem meine Moonshots. Das heißt, meine ganzen Biotech-Unternehmen, mein Upstart, die vor allem, ich sage mal, wo ich einfach nur 500 Euro nehme, investiere und sage, wenn die pleite gehen, egal, die Technologie ist so geil. Und 2 Prozent meines Depots investiere ich einfach in diese Moonshots und schaue einfach nur in 10, 15 Jahren nach, was damit passiert. Die laufen halt im Moment sehr, sehr schlecht. Und eine größere Investition, die ich jetzt auch abgeschrieben habe komplett, war Thunderfull. Thunderfull habe ich jetzt verkauft Ende April. Seht ihr hier, das hat mir schon einen deutlichen Verlust eingebracht in der Performance. Wenn man das rausstreichen würde, dann würde meine Performance auch mal 5 Prozent oder so höher stehen. Also das war definitiv eine Fehlinvestition. Darauf bin ich auch schon mal im Video eingegangen. Und wenn man trotzdem mal hier auf die Gesamtperformance geht, wieso höre ich jetzt nicht auf? Also wieso mache ich trotzdem weit, obwohl jetzt, zumindest Stand jetzt, meine Performance so schlecht ist? Das liegt auch daran, dass, wie gesagt, meine Performance im Moment so schlecht ist, eigentlich aufgrund von zwei Positionen. Das ist einmal Paradox und das ist einmal SoFi. Und bei beiden Aktien ist mein Zielbild, also mein Fair Value ist bei beiden Aktien doppelt so hoch wie der aktuelle Aktienkurs. Und dann könnt ihr euch schon mal ausmalen, was passiert, wenn dieser faire Wert laut meiner Analyse erreicht wird. Also was würde passieren, wenn jetzt hier SoFi und Paradox, das reicht ja auch schon nur, wenn eines dieser Unternehmen, mein Fair Value, den ich jetzt schon diesem Unternehmen beimesse, wenn der erreicht wird. Dann bin ich hier wieder sehr, sehr schnell in einer Outperformance drin. Im Übrigen genauso, wie es vor genau einem Jahr war. Auch damals waren SoFi und Paradox sehr gut gelaufen und konnten eben diese sehr starke Outperformance damals zeigen. Bei beiden ist es im Moment so, ja, Paradox hat eigentlich begründet diesen, ich sag mal, fallenden Aktienkurs schon seit Monaten. Der ist aber für mich ganz persönlich, ist er viel, viel stärker als das Business, das ich jetzt zurückgezogen habe und das Business wird viel stärker wiederbelebt. Auch dazu, wie gesagt, schon extrem viele Videos gemacht zu Paradox. Gerne mal einfach mal anschauen auf dem Kanal. Meiner Ansicht nach ist die Aktie ja so weiterhin unterbewertet. Das Gleiche gilt für SoFi und ich muss halt einfach das Gesamtbild nehmen. Eigentlich fühle ich mich sehr, sehr gut, wenn ich jetzt immer verstärkt Kommentare lese oder nicht nur Kommentare von der Community, sondern auch viele Analyse-Letter oder auch auf Twitter oder irgendwo und alle, keiner ist mehr irgendwo bullisch. Alle sagen, oh, SoFi geht mir jetzt auf den Sack und Paradox habe ich schon keine Lust mehr. Also zumindest die Kommentare, es gibt ja nicht viele davon, aber wenn man welche findet und das finde ich eigentlich immer positiv. Ich finde es immer sehr, sehr schlecht, wenn ich jetzt irgendwie bullisch gegenüber einer Aktie eingestellt bin und dann lese ich extrem viele bullische Kommentare, dann ist das für mich immer so fast schon ein Warnsignal. Und hier ist es zum Beispiel jetzt auch bei, gibt es immer wieder Aktien, die jetzt bekannter oder unbekannter sind. Wie gesagt, ich habe mir jetzt vor kurzem Audit wieder reingeholt und wo ich jetzt sage, okay, keine Informationen eigentlich zu dem Unternehmen, finde ich eine geile Aktie, finde ich geiles Unternehmen, geiles Management, mal ein bisschen investiert. Und das war jetzt mal die größere Position, was ich jetzt die letzten Wochen nachgekauft habe. Aber bezogen auf meine größten Gewichtungen ist es weiterhin so, dass mein Depot eigentlich heruntergezogen wird von zwei Aktien und zwar mit den zwei größten Positionen, denen ich aber gleichzeitig vom Fair Value ein richtiges hohes Nachholpotenzial zurechne. Und wenn dieses Nachholpotenzial selbst nur zum Teil erfüllt wird, dann ist hier die Underperformance sehr, sehr schnell vergessen. Jetzt klingt es zwar nach relativ viel irgendwie, wenn ich jetzt mir anschaue, minus 2,6% bei mir gegenüber einem Nasdaq bei plus 14%. Wenn ich hier 16 Punkte Unterschied habe, dann klingt das nach viel. Faktisch ist es aber ehrlich gesagt nicht so viel, denn genau das gleiche Spiel hatte ich sogar zu einer anderen Konstellation mit einem viel größeren Hebel, nämlich damals zum Nasdaq mit 18 Punkten positiv und auch das wurde abgebaut. Also diese sehr kurzfristigen Entwicklungen bei einem Depot, das sehr fokussiert ist, können schon durch, ich sage mal, eine kleine Rallye bei Sofa, eine kleine Rallye bei Paradox, ist das Bild wieder ganz, ganz schnell, kann das wieder ganz schnell anders ausschauen. Trotzdem hier eben kurz gesagt, seit Anfang diesen Jahres ist einfach die Entwicklung nicht so, wie ich es mir das Ganze vorgestellt habe. Ganz klares Bild, aber ich kann eben auch sagen, dass ich trotzdem weiterhin eben die Perspektive sehe, wenn ich mir mein Depot in Summe anschaue, bin ich trotzdem noch überzeugt von den Aktien, die hier eben drin liegen. Ich bin trotzdem überzeugt von der Sofa, ich bin trotzdem überzeugt von der Paradox, auch wenn die vieles nicht richtig gemacht haben, spiegelt der Aktienkurs aktuell nicht den Unternehmenswert wider, meiner persönlichen Ansicht nach. Ich bin zufrieden mit der Entwicklung von Meta. Auch damals war es genau richtig zu diesem maximalen Low im Endeffekt. Auch hier übrigens den Link, was ich euch hier zeige, zu Parkett. Ihr könnt jederzeit immer direkt in meinem Portfolio Einblick haben, immer genau sehen, welche Aktien ich drin habe, wann ich Aktien kaufe. Ihr könnt auch im Übrigen hier ebenfalls unter dem Video einen Link, wo ihr hier euch ein Thema folgen könnt, alles komplett kostenlos, wo ich genau eine E-Mail, genau in der Minute, wenn ich einen Kauftätige, euch raussende. Dann könnt ihr immer live genau verfolgen, welchen Trade führe ich sozusagen durch. Wobei Trade, in Anführungszeichen, weil das sind Investitionen, die ich tätige über viele Jahre. Und deswegen sage ich euch, wenn ich was zukaufe, aber auch ab und an, wenn ich mal wieder eine Aktie abtreten, abtrennen, wenn ich mich von einer Aktie trennen muss, sage ich euch das natürlich auch. Und vollständigkeitshalber, ja, dem ersten Link auch gleich folgen. Dann kommt er zum Zero Broker, wo ihr euch 25 Euro sichern könnt als Startguthaben. Den Broker, den ich auch im Übrigen selber benutze und definitiv auch mit den anderen hier mit empfehlen kann. Also ich benutze den Broker selber, ist meiner Ansicht nach einer der besten Broker hier im deutschsprachigen Raum. Wir gucken mal ganz kurz weiter. Also wie gesagt, der Kauf von Meta war damals richtig und ich habe nicht nur, auch wenn es jetzt von der Performance so ein bisschen ausschaut, ich habe ja nicht nur sehr schlechte Picks, ja. Also ich habe auch sehr gute Picks. Nur teilweise ist es halt so, dass es meistens dann auch Picks waren, wo dann halt insgesamt eher Bekannte sind. Also Meta kennen die meisten, Amazon kennen die meisten, Microsoft kennen die meisten, Nvidia kennen die meisten und keine Ahnung, eine AMD, eine Crowdstrike, eine ASML, das sind alles Aktien, die kennt ihr. Die sind sehr gut gelaufen und dann ist vielleicht auch dieser Schärfe gerade nicht da. Aber auch genau zu all diesen Aktien, auch zum Beispiel Palantir, genau da war auch der Zeitpunkt richtig. Und auch damals war der Zeitpunkt ähnlich, wie man es jetzt vielleicht auch bei SoFi sehen mag, wo es sehr, sehr lange Zeit einfach eine Seitwärtsphase gab und wo ich mich dann auch angefangen habe, genau in dieser Seitwärtsphase Aktien zuzukaufen, weil ich gesagt habe, Palantir ist einer, wird vermutlich einer meiner besten Picks werden und ich sehe hier sehr, sehr viel Zukunft. Und dann ist die Aktie durchgestartet, steht jetzt hier mit plus 135% Performance im Depot. Und irgendwann wird sich das Bild hier auch bei Paradox und bei SoFi drehen, bin ich zumindest selber persönlich von überzeugt. Und dann wird sich auch das Gesamtperformance-Bild ändern. Und was ich halt auch dazu sagen muss, ja, ich habe ja, ihr seht hier, ich bin ein Aktienkanal, ich investiere auch im Großteil von meinem Vermögen in Aktien, aber wenn ich mir mein Gesamtvermögen dazu spielen würde, jetzt zu dieser Performance hier, mein Gesamtvermögen, der mein Kanal schon seit ein paar Jahren verfolgt, weiß auch, ich habe zu einer, vor einigen Jahren schon Bitcoin investiert, in Bitcoin investiert und das zählt eben auch zu meinem Gesamtvermögen. Deswegen bin ich relativ entspannt, auch wenn jetzt mein Aktienportfolio im Moment zumindest noch nicht die Performance zeigt, wie ich es mir hoffe, dass mein Gesamtvermögen inklusive Bitcoin besser wächst, als irgendwelche anderen Produkte, die ich auf dem Finanzmarkt haben kann. Aber ich will jetzt hier auch nicht zu arg auf den Bitcoin eingehen, den setze ich auch sonst auch nicht bei mir im Fokus auf den Kanal, das einfach kaufen, halten und bis in alle Ewigkeit. Grundsätzlich, was sind jetzt auch die Pläne für die Zukunft? Ich werde weiterhin schauen, bei welchen Aktien sehe ich eben eine große Diskrepanz zwischen der aktuellen Bewertung und der Bewertung, wie sie laut meiner Analyse in den kommenden 12, 24, 5 Jahren, wie auch immer, sein sollte. Und bei diesen Unternehmen, wo ich eben diese große Diskrepanz feststelle, das heißt, wo ich sehe, hey, diese Aktien sind meiner Ansicht nach zu günstig oder was heißt zu günstig, diese Aktien sind unterbewertet, dann werde ich diese kaufen. Und dann wird es vielleicht genau das gleiche Spiel sein, als damals bei Nvidia oder bei Palantir oder bei AMD oder CrowdStrike oder Meta, dass eben genau dann, bei manchen Aktien dauert es ein bisschen länger, bei anderen ist es ein bisschen schneller, dass vielleicht genau dort dann eben auch mein Investment Case vielleicht aufgeht und eben genau diese zwei Aktien, die jetzt hier noch als Verlierer zählen, dass die ins Plus drehen und dann hat sich das mit der Performance hier relativ schnell erledigt. Wichtig jetzt nur, 25 Euro sichern beim Zero Broker und mich abonnieren. Ich werde die nächsten Monate genauso noch Depot-Updates bringen, euch zeigen, welche Aktien ich kaufe und ganz, ganz viel tiefe Aktien- und Unternehmensanalyse durchführen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn du mehr zu Sofa zum Beispiel sehen willst, dann schau dir das aktuelle Video an zu Sofa, was ich dir jetzt einblende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein GD. Ciao. Dein GD.